Es ist Sommer und mal wieder Gurkenzeit. Und viele von uns haben eigene Gurken im Garten. Und jedes Jahr aufs Neue stellt man sich die Frage, was machst du denn jetzt mit so vielen Gurken? Immer nur Gurkensalat, das ist langweilig. Hier kommen sieben Vorschläge, was ihr mit euren Gurken alles machen könnt. Der DDR-Klassiker, Schüttelgurken. Unbedingt probieren, das ist mega lecker und sehr erfrischend. Als nächstes wären da die beliebten Gewürzgurken-Sticks. Auch warm kann man sie genießen, zum Beispiel als Schmorgurken. Eine beliebte und fiffige Variante ist Smasht-Gurkensalat. Macht den mal, der ist lecker. Auf die schnelle und sehr gesund Tomaten-Gurken-Smoothie mit Basilikum und Joghurt. Ebenfalls ein Klassiker für vieles verwendbar und sehr lecker, sind selbst eingelegte saure Gurken. Und der Schluss griechischer Tzatziki. Alle Rezepte in dieser Playlist.